Ja, und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalendertürchen von Rotz und Wasser. Heute mal wieder mit mir und ich habe mir gedacht, warum probiere ich eigentlich mir hier jeden Tag was aus den Rippen zu leiern, wenn ich es wie Olli machen könnte und einfach immer wieder das gleiche Buch in die Hand nehme und eine andere Geschichte lese, weil es einfach zeitlich besser in mein Konzept passt. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich habe nämlich mein Bücherregal durchstöbert und habe dabei meine alte Ausgabe von Der Strohwelpeter gefunden. Die mir meine Mutter wahrscheinlich irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er geschenkt hat. Und ich bin noch ziemlich sicher, die Leute, die so in unserem Alter sind, hatten das bestimmt definitiv auch bei sich zu Hause oder in ihrem Kindergarten oder weiß ich nicht. Es war ja schon damals so ein bisschen noch gebräuchlich, dass es im Umlauf war. Über den Strohwelpeter könnte man bestimmt nochmal einen ganzen eigenen Podcast füllen. Leider mache ich das jetzt hier nicht, weil es ist einfach nicht die Zeit. Denn wenn ich überziehe mit fünf Minuten, kriege ich einen Schuhhaken ins Auge und meckere und nee, das geht nicht, es darf nur fünf Minuten gehen. So und deswegen lese ich euch jetzt die wahrscheinlich bekannteste Geschichte aus dem Strohwelpeter vor. Die Geschichte vom Suppenkasper Der Kasper, der war kerngesund. Ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag. Ja, sieh nur her. Da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Ja, und man sieht halt in dem zweiten Bild das schon deutlich, also nur noch die Hälfte vom Gewicht. Wo ich mir denke, geil, wenn ich mal einen Tag nichts esse, dann nehme ich auch die Hälfte ab. Wäre schön. Ist leider nicht so. Am dritten Tag. Oh weh und ach. Wie ist der Kasper dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Ja, ziemlich düstere Lektüre, wenn man mal ehrlich ist, um so Kindern irgendwie einzubläuen, dass sie immer brav ihr Essen zu sich nehmen sollen, weil sonst werden sie schnell ein Ende finden. Und vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere das Mad Magazine, das Mad Heft, was es ja noch bis Anfang der 90er gab. Das Originaldeutsche Mad, wo auch Herbert Feuerstein lange Jahre der Chefredakteur war. Und es gab aber Ende der 90er Jahre nochmal eine Neuauflage von Mad. Ich weiß auch gar nicht, ob es das immer noch gibt. Und ich habe hier die Ausgabe vom September 1999. Und auf dem Cover sieht man hier, oh Gott, wie heißt denn der? Jedenfalls war damals Episode 1 gerade frisch gestartet und in aller Munde. Und hier sehen wir diesen darfen Maul mit dem typischen Alfred E. Neumann Gesicht, der zu blöd ist, das Licht schwer zu halten. Und da hat man, das ganze Heft dreht sich halt wirklich nur um Star Wars, insbesondere Episode 1. Und da hat man halt innerhalb des Heftes immer wieder so Parodien und Comics und Anspielungen auf Episode 1. Und da hat man auch den Strubelpeter mit verewigt. Unter anderem die Geschichte vom Suppen-Jabba. Jabba Sahat, den kennt ihr bestimmt alle, wenn ihr Star Wars kennt. Und ich lese euch mal vor, was die daraus gemacht haben. Der Jabba, der war kerngesund. Ein dicker Hood und kugelrund. Er hatte backengrün und frisch. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien, Ich zieh mir noch einen Teller rein! Die Windportion, die reicht mir nicht. Nein, dieses bisschen reicht mir nicht. Am nächsten Tag, ja sieh nur her, da war schon etwas fetter er. Da fing er wieder an zu schreien, Ich zieh mir noch einen Teller rein! Die Windportion, die reicht mir nicht. Nein, dieses bisschen reicht mir nicht. Am dritten Tage, endlich, war der Jabba wie ein Tönnchen gare. Doch als die Suppe kam er rein, gleich fing er wieder an zu schreien, Ich zieh mir Burbs den Teller rein! Die Windportion, die reicht mir nicht. Nein, dieses bisschen reicht mir nicht. Am vierten Tag, oh weh und ach, da tat es einen lauten Krach. Der Suppen-Jabba plötzlich platzt, die Suppe nach allen Seiten spratzt. Am fünften Tag war es als im Lot, und niemand litt seither mehr Not, weil man hat, im unteren Bild sieht man, die Überreste von Jabba auf mehrere Töpfe und Tiegel aufgeteilt, und alle können davon satt werden. Wunderbar. Und mit diesem besinnlichen kleinen Ende verabschiede ich mich, und wir hören uns wahrscheinlich noch mal wieder, nehme ich an. Ich glaube, ja, ich mache Schluss. Tschüss! Eine Rotz- und Wasserproduktion.